Hallo, Willkommen zu einer weiteren Roboanteil 8, 9 Folge und er will jetzt was sagen. Hier. Hallo, beleidigte Leberwurst hier. Hier live bin ich echt schön. Ja, 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 das kann man dir trauen, ja. Also, ich schreibe dir nichts von Tara, eure Nummer, ne, weil ich bin gerade Single und ihr wisst schon, die Nachricht ist an mich kein Angügen. Alter, ja, Franz ist so. Uuuu, aber auf jeden Fall. Ich hab den Kopf. Ui. Das hat mir jetzt auf der Folge traupt, ach. Na man, du bist so schlau, egal. Überlass mir mal die Kamera, Eli. Also, leider. Und letztens hatte jemand geidert, sind so ein scheißer Grund gefahren. Und da ist Emma. Mal was sagen, ich hab das Spaß. Das kam wieder auf Emma, auf Lilly. Und, wie ihr sehen könnt... Wunschgeil. Ah, ist nein. Oh, doch. Miki schreit. Ja, Nachricht hat Miki hier gesendet. Oh, ich liebe dich. Ah, ist nein. Auf jeden Fall. Was soll ich sagen. Auf jeden Fall machen wir eine Hex-Let's Plays. Keine Ahnung, ob wir eine neue Welt starten. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was ist ich? Ich hab keine Ahnung. Nee, ich weiß es nicht. Ich hab's an der Ende. Ich hab's an der Ende. Ich hab's vor Zorbi los. Ich hab's klingelt. Oh, aha, ja! Ja! Einfach... Und noch mal... In die Kommentare! Er ist Single! Auf jeden Fall geht die Folge schon 2 Minuten, ich würde gerade 8 Minuten sagen, egal. Äh, ja. Single Single Single. Hab ich schon gesagt, treibt sie die Kommentare! Und Emma fliegt! Lili! Ach Lili! Komm! Komm! Lili! Lili! Mann! War sie dumm oder so irgendwie? Lars! Lili! 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 Komm! Geh! Ja, auf jeden Fall machen wir dann noch eine Folge über dieses Minecraft. Und dann würde ich doch schon mal sagen, dass wir mit anderen schon mal zusammen spielen werden. Irgendwann. Ja, und wir haben ein... Ja, und wir haben ein... Ja, Tackett, Meckett, Freckett. Sehr gut! Auf jeden Fall, egal. Ich würde mal sagen... Die Folge hier ist... Nee, geht es 3 Minuten. Egal. Ja, es redet nur was. Nein, habe ich doch fast die ganze Zeit. Es hat eine Minute. Hier kommt sie. Ah, nee. Die ersten Folgen habe ich ihr alle gesprochen! Hier, komm! Oh, Junge, jetzt weiß ich was ich sagen soll. Es gibt nichts zu sagen. Ach so, ja. Also, was es immer so gibt... Prob ich schon. Oh, gut! Okay, dann würde ich mal sagen, die Folge wird eine Kurzfolge. Danke für die Zuschauer. Und ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal. Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Und... Schreibt bitte in die Kommentare. Ciao, ciao!